hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu einem ja sehr 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 tollem event nämlich die battlefield 1 beta das erste mal gezockt von mir alleine und mir fehlen ein bisschen die worte ich freue mich riesig dass es endlich losgeht mit battlefield 1 beziehungsweise mit battlefield 1 wie ihr ja denke ich mal schon alle wisst spielt das ganze im ersten weltkrieg und ich zocke auf dem pc und ich habe muss ich ehrlich gesagt shooter und wo ist das ein freundliches flugzeug ich weiß es nicht und zwar habe ich shooter oder andere games eigentlich doch nie so richtig auf dem pc gespielt und bin jetzt mal gespannt wie das ganze klappt das erste gameplay von patrick und mir wird heute auch noch auf dem kanal hochgeladen werden und ja da habe ich schon die ersten probleme und zwar ist es halt eine totale umstellung von einem ps3 controller zur tastatur wenigstens habe ich ein bisschen erfahrung mit der tastatur aber ich glaube das war total doof dass ich gerade zu ihr renne weil da nämlich der spawnpunkt ist von den briten aber die runde ist eh gleich zu ende so wie es aussieht ich denke wir werden dann die nächste runde auch noch mit reingehen und ja was muss ich noch sagen ja das letzte gameplay von mir ist ewig lange her ich habe mal geschaut ich glaube im april diesen jahres war es eine folge von hallo aber krass dass man von hier schon einnehmen kann also da bin ich das finde ich gerade sehr interessant und zwar war das letzte von mir eine wer wie wo war es eine folge die letzte letzte war eine folge von the long dark im april und ich werde von irgendwo beschossen ich glaube das war ein flugzeug aber hier müsse auch noch ich meiner sein also das war ein bisschen eine blöde idee er einzunehmen aber naja versuchen kann man selber aber irgendwo muss hier einer sein verstecken wir uns mal ein bisschen hallo ah fuck da drüben wir haben gesehen ey was gut ja wie ihr seht war das ein flugzeug gewesen das er gerade angegriffen hat ich muss echt sagen die beta ist ja jetzt erst seit ein paar tagen raus aber flugzeuge flogen bin ich noch gar keins ich weiß auch gar nicht wie die steuerung ist weil ich ja eigentlich immer so ein kleines flieger als in battlefield 1943 so wie in battlefield 3 war mit den jets und weiß echt gar nicht wie da die steuerung ist aber auf jeden fall mein egal wo ich hier rauskomme ist die hölle los ne da hat ein geschütz aber ich muss sagen die die leute die jetzt hier schon fliegen die sind wirklich schon richtig gut wie man ja gerade eben gesehen hat hat er uns einfach mal von da oben weg gebombt was bei battlefield 1 zu sagen ist waffentechnisch gesehen natürlich alles aus dem ersten weltkrieg und wie ihr hier sehen könnt hat man gar kein ja gar kein fadenkreuz wo man zielen kann sondern man tut wirklich mit kim und korn zielen das macht das ganze natürlich etwas schwierig und ich will die kart rennen wir oder rennen wir nicht gehört auch wir rennen weil ich habe nämlich die tastensteuerung auch ein bisschen verändert weil ich nämlich die ganze zeit auf kuh sprinten gelegt hatte und oh fuck von hinten kommt ein panzer tschüss machs gut oder haben wir hier irgendwas zu oh doch wir können ja sogar den panzer ok wir sind ja doch mal einer an ah das sind aber jetzt zu viele leute hey das ist doch boah diese na ich versuche ruhig zu bleiben und zwar habt ihr das jetzt auch gesehen die pferde sind in battlefield 1 natürlich auch komplett neu als fahrbaren untersatz wenn ich das mal so wählen darf und zwar finde ich die auch so unheimlich stark die dinge die kommen von allen seiten angerannt und man sieht die gar nicht kommen und irgendwie gibt es dann in schlachen schon ein bisschen weg so wie eben ich habe ja nicht mehr gesehen ob da jetzt was hat man einfach mal ein bisschen hier sperrfeuer rein ja aber ich muss sagen alter schwed oh was zum ey gut ja was ihr auch noch sehen werdet in der zweiten folge die patrick und ich gedreht haben genau dasselbe wie eben gerade passiert ist da sind wir panzer gefahren beziehungsweise patrick hat eine richtig richtig gute runde gehabt ich glaube da hat er 29 zu 1 oder so nur wegen dem panzer ich war halt bordschütze gewesen habe nicht so eine gute kd wobei mir jetzt in der open beta die kd eh nicht so wichtig ist da man ja ein bisschen am experimentieren ist und ich bin eh gerade ein bisschen so ich bin so viel am erzielen ich konzentriere mich gerade eh weniger aufs spiel die panzer finde ich auch noch unheimlich stark vor allem weil man mit einem schuss quasi den gegner one hittet also mit einem schuss quasi tötet direkt und ich finde die richtig stark also in battlefield 3 oder battlefield 4 war das zwar teilweise auch so gewesen aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass man schon mehrmals mit dem panzer drauf halten musste um einen gegner zu eliminieren und ja was auch neu ist in battlefield 1 ist dieses ihr seht ja an den gewehren ist ein bayonet dran da kann man auf den gegner zu rennen ungefähr so oh da war sogar ein gegner gewesen zufälligerweise also ich wollte euch das eigentlich mal zeigen wo ist der denn jetzt hin? ist der hoch? er hätte uah wie viel sind denn hier in dem haus gewesen? meine güte das hat mich aber gerade das hat mich jetzt echt überrascht ein bisschen erschreckt aber wenigstens haben einen mitgenommen da war ich jetzt gerade etwas überfordert ja wie gesagt leute seid nicht böse wenn ich wirklich nicht so super gut bin auch beim ersten gameplay von patrick mir habe ich es gesagt ich spiele mit tastatur ganz komplettes neuland ja hu hu 1 zu 4 naja gut geht ja geht ja kann sich ja noch ändern außerdem bin ich ja in die runde reingekommen von daheim gut oh jetzt könnte das etwas laut werden im hintergrund meine Eltern sind gerade gekommen wo ich gleich meinem Bruder bin ja wenn ich schon wieder so ein Pferd was das kann ja wohl nicht sein der hat jetzt von dem Pferd runter geschossen oder was? das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz mit dem Pferd bin ich auch noch nicht ganz geritten ja mal sehen wenn ihr Fragen habt oder sonstiges schreibt es natürlich in die Kommentare rein ähm was ihr hier auch schon sehen könnt das ganze ist ich das ist jetzt nicht wahr oder naja jetzt habt ihr es gerade gesehen dass der Panzer wirklich ein bisschen zu stark ist finde ich also man kommt gerade erst ähm man spawnt gerade erst und wird direkt eliminiert naja gut ähm wie ihr seht ist das ganze noch in Englisch hier ist ja die Open Beta wenn Battlefield 1 natürlich richtig rauskommt wird das ganze natürlich denke ich mal auf Deutsch sein wobei das hier ja ganz gut ist um mal ein bisschen Deutsch zu lernen äh ein bisschen Englisch wo ist denn da jemand? da war doch gerade jemand oder? siehste es geht auch so und ich bin grad richtig froh dass ich die Tastensteuerung geändert hab weil ich hab wirklich schon hinten auf Kuh gehabt und es war so unnötig sag mal wir sind am verlieren nö ist grad relativ ausgeglichen was hat der da gemacht? muss man das verstehen? da unten ist es ein bisschen buggy da hinten kommt ein Gegner wo rennt der jetzt? oh hier sind überall Sniper oh ich schritte grad ein bisschen rum Pferd Pferd hoch weg 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 nachladen weg hier Sniper das gibts doch nicht was hält denn das Pferd aus? Läuft hinten einer? Ich sehe das nicht so ganz. Ich glaube, das ist ein Scharfschützer. Oh Gott. Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen überlegt habe. Ja, treffen sollte gelernt sein. Aber wie gesagt, oh, da saß ja auch jemand. Oder war der von mir? Nee, ist das ein Türke? Ja, das ist ein Türke hinter dir. Oh, naja, gut. Ja, mit der Maus muss man sich einfach dran gewöhnen. Also ich denke mal, die Leute, die wirklich auch am PC mit dem Xbox-Controller zocken, die wissen, von was ich rede. Es ist schwierig, aber ich möchte es halt auch lernen, weil ich mir eigentlich, weil ich eigentlich denke, dass es besser ist, wenn man mit Tastatur und Maus zockt am PC. Vor allem finde ich es dann halt auch ein bisschen komisch, wenn du am PC zockst und dann noch einen Controller wieder in der Hand hast. Und ja. Was kann man noch zu Battlefield 1 sagen? Ich denke mal, das meiste wisst ihr ja eh. Diese Karte konnte man nicht auf der Gamescom spielen, weil ich war ja auch auf der Gamescom gewesen. Kommt auch mal ein Video von uns auf den Kanal. Als wir auf der Gamescom waren. Oh, das ist doch aber auch verflucht hier. Hallo, Kollege. Und zwar... Oh, da ist noch ein Pferd, oder? Enemy Hit hier. Wunderbar. Ich verstehe nicht. Wenn mich, wenn ich bin... Egal. Oh, 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 oh. Ich sehe nichts. Klapp. Ja, gerade bin ich mal ganz so schlecht. Es klappt besser mit der Tastatur. Uh, schau, irgendwo. Oh, Mensch. Aber es wird langsam. Ich bin ja auch gerade erst in die Runde reingekommen. Mein Bruder fragt, warum ich so weit unten in der Tabelle stehe. Ich bin... Die Runde läuft schon relativ lange und ich bin in die Runde erst reingekommen. Und ich... zocke ja mit dem PC noch nicht so lange. So. Huch. Ich wollte das Ding eigentlich fahren. Ich habe gerade das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen... ...bugt und hängt. Oh, 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 oh. Ich sehe gar nichts, Alter. Hä? Das wäre eine schöne Überraschung gewesen, den noch zu treffen. Aber irgendwie... Ich verwunde das Pferd immer nur. Weil richtig... Getötet habe ich ein Pferd noch gar nicht. Bei den anderen Sichten geht das immer so schnell, habe ich das Gefühl. Very luck, schreibt da einer. Gehen wir mal zu... Objective Delta. Ich höre. Was ich aber zu Battlefield 1 noch sagen muss, ist, dass ich total überwältigt bin von der Grafik und auch vom Gameplay. Also genau das, was im Trailer gezeigt worden ist, ist auch wirklich letztendlich im Spiel gelandet. Und da muss man an dieser Stelle einfach mal EA loben, dass es die ersten Tage ja nicht geklappt hat mit der Beta. Hat ja nur den Grund gehabt, dass ja die Server gehackt worden sind, was ich jetzt auch erst im Nachhinein herausgefunden habe. Irgendwo wird geschossen. Ist der hier raus? Tatsächlich. Okay, das war jetzt glaube ich mehr Glück, als verstanden, dass ich den getroffen habe. Aber zumindest habe ich ihn. Und hier sieht man es auch ganz gut, dass sich auch die Häuser mit der Zeit, wie auch in den anderen Battlefield-Teilen, zerstören lassen. Uh, von hinten. Hier ist Gift. Das ist auch neu im Battlefield. Ich weiß gar nicht, mit was man das nehmen muss. Tee. Ah ja, genau. Und dann kann man mich hier durch dieses Gift durchgehen. Und ich bin gerade im Überlegen, wo ich jetzt hinlaufe. Wie kann ich das wieder ab? Ah ja. Und die Geschütze finde ich am besten. Das kann ich nicht hier unter Beschuss nehmen eigentlich. Ah. Ah, soll man mal ein bisschen warten? Ich weiß es nicht. Da hinten wird eh eingenommen. Wir sind momentan am Gewinn. Von irgendwo schießt einer. Oh, hinter mir ist jemand gestorben. Na ja gut, komm, gehen wir mal weiter. Nur die Frage, wohin? Oh, ich finde die Flieger einfach genial. We have the upper hand. Sehr gut. Alter, ist das so ernst? Ja, wo, wo, wo. Hä, ist halt gerade voll gehongen. Und natürlich mal wieder zwei. Und ich wusste gerade nicht, wie ich hier die Kanade schmeißen soll. Mit was für einer Taste. Sonst wäre ich vielleicht ein bisschen schneller gewesen. Aber gar nicht mal so schlecht. Gut. Gehen wir wieder zur Ziel. Hier. Bitte? Mit Ruhe. Diese blöde Pferde. Es hängt gerade so was von. Es hängt so, es hängt so, es hängt so. Warum kommt das denn gerade? Ich glaube, es ist kein Aufnahmeprogramm. Ja, natürlich. Und ein Panzer. Ach, es ist ja mal wieder klar. Killed by. Light Tank. Ich bin doch kein einziges Mann Panzer richtig gefahren. Na gut, das kommt ja noch alles. Da rennen die ganzen, da rennen zwei Pferde. Ich spaw mal bei A. Achso, das sind wir. Och, nö, oder? Aber A wird eingenommen von irgendwas. Bitte nicht von einem Panzer. Wir haben ein Objektiv, George. Oh, der Sandsturm zieht auf, habe ich das Gefühl. Das haben sie auch von Battlefield 4 übernommen. Beziehungsweise generell verbessert die Wetteränderung. Aber irgendwie fragt es gerade so was von. Oh Gott, das sind alle hinten. Das war eine blöde Idee. Oh, das hängt gerade so. Von irgendwo habe ich gerade... Roar's killed. Super. Ich habe das Pferd getötet. Na toll. Das bringt mir sehr viel. Aber wir haben von irgendwo geschossen. Ich weiß nicht von wo. Ach, von hinten. Hä? Wenn man sich mal in einen anschleichen will, kommt natürlich der Schuss wieder hinten aus im Haus, finde ich, irgendwo. 5 zu 11. Naja, gut. Aber bei den anderen sieht es teilweise auch nicht so rosig aus. Oh, das ist eh nur noch 24 Sekunden. Na gut, wir haben wenigstens gewonnen. So wie das ausschaut. Geh, sollen wir zu Gegen? Ne, wir gehen zu Echt, 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 Echt. Guck, 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 Guck. Yes. Seitdem, da steht jetzt ein Panzer. Objective ready. Was? Ich habe sogar bekommen. Ich fasse es ja nicht. Und er springt auf den Stein. Gut. Wenigstens haben wir gewonnen. Ich habe sogar noch einen letzten erwischt mit der Granate. Das hat ja mal einmal gut geklappt jetzt. Handgun kills. Trigger happy. Highscore. Speedscorer. Kills per death. KD-Ratio. Okay. Auf welchem Platz? Naja gut. Platz muss immer. 25 von 49 ist die 11. Dafür dass wir die Runde reingekommen sind. Gar nicht mal so schlecht. Naja 6 zu 12. Ist natürlich nicht so super doll. Aber ich glaube es ist jetzt wirklich erst meine vierte, fünfte Runde Battlefield mit der Tastatur gar nicht mal so schlecht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen Dank dass ihr dabei wart. Hoffe dass ihr bei der nächsten Folge auch dabei seid. Und wenn ihr Fragen oder andere Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Fluse.